Das ist Klaus. Klaus ist Arzt und liebt seinen Beruf sehr. Doch es gibt eine Sache, die ihm seinen Traumberuf regelmäßig verleidet. Das Stellen von Rechnungen an Privatpatienten. Obwohl Klaus eine gute Abrechnungssoftware hat, muss er oft Überstunden machen. Das Kuvertieren und Frankieren per Hand ist lästig und zeitaufwendig. Und wenn Klaus es endlich geschafft hat, kommen häufig Nachfragen von Patienten zu abgerechneten Leistungen. Oder die Krankenversicherungen bezahlen einfach nicht. Manchmal überlegt Klaus, auf die Erstattung solcher Rechnungen zu verzichten. Denn es kostet ihn viel Zeit, die Versicherung davon zu überzeugen, dass seine Abrechnung korrekt ist. Diese Zeit möchte Klaus viel lieber dafür nutzen, mehr Patienten zu behandeln. Ist mit der Versicherung alles geklärt, wartet noch mehr Arbeit auf Klaus. Er muss die Zahlungseingänge auf seinem Konto kontrollieren, eventuell mahnen oder sogar für viel Geld vor Gericht um sein Honorar kämpfen. In solchen Momenten hasst Klaus seinen Job. Gibt es denn niemanden, der ihm all diese lästigen Arbeiten abnehmen kann? Doch! Die GFD übernimmt für Klaus die gesamte Abrechnung. Das bedeutet, Klaus erzeugt einfach papierlose Rechnungen mit seiner Arztsoftware, überträgt sie elektronisch an die GFD und freut sich über den zeitnahen Zahlungseingang. Und wenn Patienten Fragen zur Rechnung haben, kontaktieren sie direkt die GFD. Klaus ist begeistert. Seit er der GFD ein Mandat für die Abrechnung seines Honorars übertragen hat, macht ihm sein Beruf wieder richtig Spaß. Überstunden, Stress und Abmahnkosten waren gestern. GFD-Mandanten genießen ihre Freizeit.